liebe büchelschießer im fahrbahnräumen zurücktreten bitte so schotte nicht alles klar alles roger war genau du musst jetzt gleich ganz fröhlich lächeln und winken du wirst jetzt auf video aufgenommen so jetzt war sie da aber schön wicke wicke machen guck ich war extra langsam damit er noch mal richtig rein zoomen kann herrlich ich will noch eine kurse runde vor euch machen wagen fünf so ich jetzt ich Ist das nicht eine Freundin? Ist das eine Freundin? Alter, bist du blind oder was? Mann, 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 du. So, come on! Dann machen wir's. Dann packen wir's. Dann redet die Gestalt. Dann packen wir's. Oh, geile Bühne. Wie klappt das nicht so mit deinem Drehwurm, ey? Ja, siehste, er hat den Dreh raus. So, dann machen wir doch mal eine kurze Gesichtskontrolle. Ach, du lieber. Nee, da brauchen wir gar nicht groß gucken. Wir müssen das selbst richtig machen. Das nützt alles nicht. Das nützt alles nicht so mit deinem Drehwurm. Oh, nein, 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 nein Können die beiden Bitches in Wagen 14 mal die Klappe halten? Meine Güte, das ist ja schlimm! Die Klappe halten und die Klappe halten, gegen die Klappe halten und die Klappe halten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.